Hallo YouTube, wir sind jetzt wieder in der Stadt und jetzt holen wir uns erstmal die Sachen, die wir benötigen. Also, Gemischwarenhändlerinnen, Sonder-Items, ich soll mir jetzt hier diesen War bringen, damit kann ich überall hin teleportieren, einfach so. Da ist er. Und was wollte ich eben noch holen? Ach ja, genau, den Teleportring, wo ist denn der? Wen wollte ich, bei der Gemischwarenhändlerinnen, Items 1. Was wollte ich dann noch holen? Achso, ja, das VMS stimmt. War bringen, ähm. Und gegen mich dann verstärken und verzaubern. Man kann Gildengebäude bauen, ne? Ja, ich weiß, aber erst werden wir eine Gilde haben. Die machen wir auch später, also wir machen auch so ein Gilden-Let's Play. Let's Build-Gilde. Wir werden uns auf jeden Fall eine Gilde aufbauen und so. Boah, sieht der krass aus. Schau mal hin. Seine Errissung leuchtet blau. Passiert mich nicht. Das ist ja krass. Möchte ich auch haben. Das ist ja, das ist ja, das möchte ich auch haben. Das ist ja, das möchte ich auch haben. Item-Shop-Waffen. Hier sind Item-Shop-Waffen, die Zinn-Klinge zum Beispiel. Ist aber ziemlich teuer alles. Gibt's ja auch was für Sura. Alter. Äh, Schmid, hier. Gut, doch. So, da mache ich mal mein Form-S. Aber kann ich nicht mehr. Ne, guck dir mal, das ist F-K-S. Das ist gut. Das behalte ich. So, dann hole ich mir mal meine bessere Rüstung. Wir werden auch später heiraten, gell? Ja, das werden wir tun. So, ich werde jetzt versuchen, TP hier reinzukriegen. Mit Nahkampf reflektieren. Vielleicht wird der auch stärker als mein Main. Wäre das, also ja. Mein Sura hier. Boah, der ist sogar besser. Als TP und alles andere. So, wo ist mein Helm? Der verhöhende Helm. Ah, der ist da. Was macht die Erlösungsklinge hier? Hier werde ich versuchen, Gift reinzukriegen. Gift und Magie-Regeneration. Oder das. So, da bin ich auch neu ausgerüstet. Bin stärker. Das macht auch mehr Damage. So, da können wir auch wieder in den SD2 gehen. Also SD1. SD2-Porter. Zweite Ebene. Vielleicht hört ihr ja die Kirschenglocke, die gerade geläutet hat. Hab ich auch gehört. Was hätten wir dann für Gesprächs, Tim? Ja, YouTube. Es fängt wieder an mit den Crashs. Wie in der Vorfolge. Äh, ja. Wir warten jetzt noch auf Florian. Und die Königspinne. Mach ich einen riesen Bogen drum. Kriegst du die nicht platt? Ich krieg die nicht platt, aber die kriegt mich auch nicht platt. Na, dann warte ich mal auf dich. Ah, da bist du schon. Jihai, jetzt geht's ab. Oh, das ist aber selbst nie. Normal bräuchte ich der Sucher FKS im VMS, aber ich hab jetzt DSS drin, damit ich mehr Schlagschaden mach. Das war mein Kabel, wo ich grad runtergeflogen ist. Oh, 34. 40. Bin ich. Ich hab mir mal das Anführer holen sollen. Kriegen wir nochmals 40% Erfahrung, Bonus oder 50. Soll ich's grad mal holen? Was denn? Der, äh, Buch des Anführers. Okay, ja, mach mal. Ja, gut. Wir nehmen jetzt schon wieder zwei Stunden auf oder so. Ja. Ich guck grad mal. Ach, eine Stunde. Eine Stunde sind wir im Aufnehmen. Ich muss nicht immer schon hinterher. Ich glaub, das nächste Mal kann ich nicht aufnehmen morgen. Why? Ich bin sauerkältet. Meine Stimme. Ich bin sauerkältet. Ich bin sauerkältet. Oh. Oh. so wie lange jetzt werden wir schon eine stunde und wie lange will zu die ungefähr so machen eigentlich wie lange werden wir jetzt ungefähr so machen möchtest so im durchschnitt jetzt was so ich mache 15 minuten Parts immer irgendwo bist du tot ja das bin ich schon 35 ach deswegen bin ich erst 35 weil ich die ganze tot war ja warum kriegen wir keine erfahrungen dazu normal müssen wir 30 prozent noch bonus kriegen so dann warten wir auf die nächste welle ok hier ist es im moment so heiß bei mir 24 grad sind es in meinem zimmer boah ich würde Fenster aufmachen habe ich ja oh gott bei uns ist 5 ungefähr wir wohnen ja in verschiedenen orten ja er wohnt in neuer rhein-westfalen ich in rheinland-pfalz genau ja wo bleibt die Welle ich habe keinen Bock zu kommen sehe ich nicht jetzt schon nice aus hier könnt ihr ja in die Comments schreiben können dann habe ich mal nächsten rum gucken ss wie die Partie so da aussieht ss oh Musik fehlt wieder wegen diesem dummen Crash hoffentlich wird er sich jetzt noch gut ja perfekt um Samy wo bist du Samy ja ähm Cut Na gut Leute wir machen dann kurze Unterbrechung bis gleich äh ja Leute wir müssen aufhören äh wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ja weil er weg muss und ich bin erkältet und ja bis dann tschüss